Aus seiner Liebe für die Musik von Robert Schumann hat der Komponist Jörg Wiedmann nie einen Hehl gemacht. In dieser Woche stellen wir euch sein Werk Schumann Liebe für Gesang und Ensemble vor. Vielleicht erkennt ihr an den ersten Takten, worauf es sich bezieht. Im wunderschönen Monat Mai. Am 4. Oktober gibt es die Urführung in Porto. Auch in Köln und Hamburg wird Schumann Liebe zu hören sein. Alles weitere erfahrt ihr in unserem Werk der Woche. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020